Hallo und herzlich willkommen zu unserem EM-Orakel. Wir haben heute Sonntag den 12.06.16 Uhr und heute Abend um 21 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft auf das Team der Ukraine. Wir sind alle sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Dieses EM-Orakel wird von unserem Tintenfisch Squid Koski ausgetragen. Er wird vor jedem EM-Spiel des deutschen Teams die Entscheidung treffen, wer gewinnen wird. Außerdem werden wir mithilfe einer Würfelmaschine das Ergebnis des Spiels vorhersagen. Ohne jetzt unnötig drum herum zu quatschen, schalten wir nun in das Becken, wo Squid Koski schon ungeduldig wartet. Anscheinend hat Squid Koski sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden. Schalten wir nun zu unserer Würfelmaschine. Hoffen wir mal, dass unser Orakel recht hat und dass unser Team tatsächlich gewinnt. Schalten Sie doch beim nächsten Mal wieder ein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020